Ich bin Florian Rusch, Leiter vom Energiemanagement bei Oelz. In unserem Backprozess entsteht überschüssige Energie und diese Energie möchten wir in die Kreislaufwirtschaft wieder zurückgewinnen. Und das haben wir auch der Firma Innotech als Planungsaufgabe mitgegeben. Und sie haben daraus ein Konzept entwickelt, wo wir wirklich unsere Energie wieder fast vollständig zurückgewinnen können. Wir nehmen alle Abwärme aus dem Gebäude, die entsteht, vom Backprozess hin bis zu der Abwärme von den Kaminen und können eigentlich sagen, dass wir im Hinblick auf die Wärmeerzeugung eigentlich energieneutral sind. Die Firma Innotech hat die gesamte Planung der Gebäudetechnik übernommen. Das ist für uns ein sehr großer Vorteil gewesen, alles aus einer Hand. Das, was wir den Kunden bieten, ist, dass es keine Schnittstelle gibt. Wenn sie bei uns bestellen, kann man tatsächlich den Reinraum nach der Abnahme direkt betreiben. Und es sind keine weiteren Montagearbeiten oder Reinbindungsarbeiten erforderlich. Sie wissen, wie wir ticken und wie wir arbeiten und was uns wichtig ist. Und da ist die Firma Innotech auf jeden Fall bei uns an erster Stelle. Innotech auf jeden Fall bei uns an erster Stelle.